Sie tragen ihre Braut über die Schwelle, aber die Tür ist schmaler als gedacht und die frisch vermehlte haut sich den Schädel am Türpfosten. Dann ist die Romantik im wahrsten Sinn des Wortes mit einem Schlag futsch. Wäre die Pforte mal etwas breiter gewesen. Und das ist exakt auch der Herzenswunsch derjenigen Spediteure, die überbreites Ladegut aufnehmen müssen. Quasi die Paradedisziplin des KRONE Megaliners mit hydraulischer Heckverbreiterung. Hier und heute zu sehen bei der Spedizion Kniep in Attendorn am Beispiel eines sehr breiten Transferwerkzeuges der Automobilbranche. Vorab werden sowohl die Seitenplaner als auch die Türen geöffnet. Diese werden mit der Feststellkette gesichert. Und zu guter Letzt wird das Dach geöffnet. Nachdem nun alle Mittelrungen gelöst sind, kann hydraulisch gepumpt werden. Die Bedieneinheit liegt leicht zugänglich und geschützt hinter dem 3-Achs-Aggregat. Resultat des Pumpens 500 mm mehr Durchladebreite pro Seite. Das heißt in Summe 3480 mm in Lichten. So kann auch das eingangs erwähnte Transferwerkzeug kollisionsfrei durch das Heckportal geführt werden. Bevor es allerdings zum Kunden geht, muss das Heck des Megaliners zwingend wieder in seinen Ursprungszustand gebracht werden. Denn im Beladungszustand wäre der Aufbau zu fragil und der Megaliner nicht sicher fahrbar.